so leute nachdem hier es dann überleicht durchgespielt haben ich bin jetzt wieder in die haugames von entscheidung natürlich also ich will drei videos machen und von und zuerst spielen wir auf haus also haus es gibt drei endings und ich versuche die zu erreichen oder zu zu schaffen dear son i hope this letter finds you well i am writing to inform you that i'm leaving far from here at an expedition and financially i can provide a location i know this this may come as a surprise to you but please understand that this decision was not an easy one if i if in a year you do not receive a letter for me it means that i will not return no i dead i hope that this will not happen but if i still do do not get in touch then i have a request to you and the attached letter there is a list with species species of moths come to my house and catch at least one of each species and then let them out of the house but it's better if you free them all with all love with all my love you're dead okay also mein mein depp mein vater ist auf einer expedition und ich muss jetzt motzen ich muss für ihn warte mal ist es ein bisschen laut ich muss für ihn für ihn jetzt für ihn jetzt motzen sammeln das 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 wo aber wir haben das kann man sein ich stein sammeln hallo okay use the mouse wheel to change the item ha 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 kann ich einsammeln ehhh okay so hab ich denn letzte oh ja wirklich eww okay sind das alle? Ja, ja. Okay, wir haben schon mal fünf. Wir haben schon fünf, Alter. Okay. Gibt's die wirklich? Ich weiß nicht, ob die wirklich gibt's, oder? Ich glaube, die gibt's jetzt wirklich. Okay. Äh, okay, wir haben... Wieso immer die... Wieso so viele American Daggermorph, Alter? Huh! Was ist das? K... Was heißt das nochmal? Was heißt das nochmal? Locked. Okay. Ich weiß nicht, was dieses K-H-C heißt. Oh, ja, das... Oh, da sind fette, Alter. Okay. Oh, wow. Okay. Die... Oh, okay. Die sind richtig stark, Alter. Kommt her! Wir haben sogar Bilder von Motten hier. Oh. Was? Super? Rece... Rece... Okay. Wow. Das Spiel ist ja... Okay. Open. Oh, wow. Okay. Bevor ich das... Okay, nee, da... Oder? Achso, fand hier kaum ich. Okay. Da können wir noch nicht lang. Okay. Hallo? So. Wir haben hier alles... TV! Okay. Äh... Wo ist die Motte? Okay. Wo ist die Motte? Okay. Oh, wow. Okay. Ist so eine Motte in der... Äh, ne, wo? Ist so eine Motte in... In den Badezimmer? Na, das... Na, das kannst du nicht tun, Alter. Jeder Key. Äh... Okay. Ah, jetzt hat... So, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wir haben schon mal neun. 24... Äh... Ne, 19. Neun? Das ist doch nicht normal, dass die so laut sind. Oh, ich hab ein Wussi. Oh mein... Okay. Eww. Ah, hier sind die wieder. Kommt her! Oh. Oh, da ist noch... Immer an dieser... So, danke. Oh. Hier sind die fetten, Alter. Oh. Alter, das dauert ja richtig lange. Oh. Oh, wow. Wart mal was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Nur noch fünf. Da, 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 da. Aber was heißt Cook with Sieb, Alter? Wieso muss ich kochen? Wieso kann ich nicht ganz schnell alle einsammeln und dann einfach weggehen? Wieso muss ich... Bruder, Motten... Junge, Motten sind doch so nutzlos, Alter. Lass die doch einfach in diesem Haus. Okay, los geht's. Gucken wir mal. Ah, so was Sieb. Danke, Mann. Oh. Hier sind vier... Oh. What the? Was war das? Nein! Hä? Oh. Oh, hier sind ja sehr viele. Wie viel Platz habe ich in meiner Tasche, Alter? So. Sogar an der Decke. Oha. So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreszen, vierzehn, fünft, zechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Äh. A white witch moth. Okay. White witch moth brauchen wir nur noch. Ah, okay Alter Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir machen, Alter Oh, wow, okay, das wird jetzt richtig schwer sein Okay Ah, so Okay, von hier kommen wir Okay, dann suchen wir mal diese White Ridge Moth Was? Mason Hart The famous Moth collector has won the noble present biology for his discovery of the lingual Moth A new species of Moth that can speak human language Was? Na, bro, das fake The lingual Moth is the ability Is to communicate in English Has revolutionized the field of biology And opened up new possibilities for communication with other species Mr. Hart's dedication and passion for Moth collection And research have resulted in this groundbreaking discovery And this work has been recognized as one of the most significant contributions to biology in recent history I don't know how to miss it Ah, ich glaube Oder ist das Das könnte wirklich Das könnte wirklich Äh, äh, echt Aber ich hab den Schlüssel Ich hab Oh Ich hab den Schlüssel Und die White Ridge Moth Gekriegt Also kann ich jetzt Eigentlich nach Hause, oder? Achso, ne, warte, hier Ne, warte mal Nein, hier Nee, nicht hier Alter, bin ich dumm? Hier Alter Oh Was? Wow Hello Human I'm the Moth King Thralpa You see Thicken can't speak like a human Unlike me I know it's a human language And I can also translate from the language of Moths Our master has disappeared from this house And the Moth King is hungry He is already tired of eating little moths Flaying Bypassed him once he even almost ate him Ate me The king needs to be fed urgently And with normal food He needs soup Moth suit There are many types of moths And if you mix them properly You will make a great soup Please make soup And feed the Moth King Will ich mich eigentlich auch verpissen Okay Okay Ja Alter Ich hab Angst Aber kann ich auch einfach nach Hause? Weil mein Vater hat gesagt Ey, du brauchst einfach nur alle Alle Moths Guck mal, ob ich nach Hause kann Leave Yo Yo No mago Huh? Hä? Was? Ja, okay. Ähm, ich werde jetzt noch diesen einen Mottenkönig füttern. Also, Samu ist gerechter. Also, ich wurde vor. Weiß ich. So, ich habe jetzt den allen Suppen gegeben. Äh. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Vielleicht essen die uns auf, also. Naja, das war jetzt das zweite Ending. Es gibt noch ein drittes Ending und das ist, das weiß ich nicht. Ich guck mal nach. Ich guck mal. Und ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Outro